Bei mir sitzt Koray Gunther, aus Höxter gebürtig, spielt jetzt in der Serie A in Italien beim FC Genua. Wir sitzen gerade im Café hier in Hannover und haben uns einfach mal getroffen, Koray. Ich hoffe, du bist bereit für ein kleines Spielchen. Auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, was auf mich zukommt. Ja, das soll ja eine Überraschung sein. Ganz vorbereitet darf es schon nicht sein. Wir spielen jetzt entweder oder. Ich habe zehn Fragen vorbereitet. Am besten schnelle Antworten. Vielleicht der erste Gedanke ist entscheidend. Okay, gut. Ja, fangen wir mal an. Deutschland oder Türkei? Deutschland. Nudeln oder Börek? Nudeln. Chai, also der türkische Tee, oder Espresso? Espresso. Sommer oder Winter? Sommer. Frühaufsteher oder doch vielleicht ausschlafen? Frühaufsteher. Fußballplatz oder Fitnessstudio? Fußballplatz. Sergio Ramos oder Regil van Dijk? Sergio Ramos. Pep Guardiola oder YouVlog? Pep Guardiola. Facebook oder Instagram? Instagram. Löwe oder Taube? Löwe. Löwe? Keine Taube? Du weißt, wie das gemeint ist? Ich weiß, wie es gemeint ist, aber das ist schon meine Frau. Danke schön. Aber ich bin Löwe von Sternzeichen von daher passt es. Ja? Ja, ich bin der Löwe, Siege Taube. Danke dir. Danke schön. Danke schön, für's Zusch